Sag mal Kollege Hanisch, was ist das denn für ein Krempel hier? Keine Ahnung, die Kiste lag im Keller. Vielleicht kann man noch was von brauchen. Oh, hallo, herzlich willkommen bei MaxTube, dem Videokanal der Maxi-Schule. Mein Name ist Thomas Schäfer. Ich bin Stefan Hanisch. Und wir haben den Auftrag, euch Videos über unsere Schule zu präsentieren. Aber wie ihr seht, sind wir noch mitten in den Aufbauarbeiten. Was passiert denn eigentlich, wenn wir hier... Pass auf! Rücklos, nicht den roten Knopf! Also, weißt du was, Kollege Hanisch? Das Thai ist gar nicht so schlecht. Wer weiß, wie es geht? Ja, das können wir einwandfrei für unsere Zwecke verwenden. Das bin ich ziemlich sicher. Ja, lass mal. Das ist viel zu gefährlich, das Ding. Ah, vertrau mir. Da kann nichts passieren. Na gut. Aber ich drück. Du bist dir wirklich sicher, Kollege Schäfer? Selbstverständlich, Kollege Hanisch. Okay. Siehst du, Kollege Hanisch? Überhaupt kein Problem. Okay. Super. Ah, guck mal. Kollegin Quehl. Hallo, liebe Kollegin Quehl. Was macht ihr hier gerade? Wir fertigen die Modelle für unsere diesjährige Mondenschau an. Oh, das ist spannend. Da kommen wir auf jeden Fall wieder. So, soweit so gut. Und jetzt springen wir in die nächste Werkstatt. Oh, Kollege Schäfer. Wir sind in der Werkstatt. Dann würde ich sagen, wenn wir schon hier sind, gucken wir uns ein bisschen um. Ja. Du buchst mit da rein. Okay, also wir schauen uns, was die hier machen. Was machst du dann? Geht lang nach vorne. Könntest du erst, ehe wir ... Gleich geht's hin. Boah. Aber das war mal spannend. Spannend. Und so langsam sehe ich auch wieder was. Ja. Kollegianisch, ähm, hungertechnisch wäre da mal bei mir so allmählich was. Weißt du was? Da hab ich eine verdammt rote Idee. Hallo, was machst du hier? Oh, hi Dirk. Hi. Oh, testen. Okay. Hm. Erzähl mal Dirk, wo sind wir denn hier? Also ihr habt Glück gehabt, ihr seid im besten Raum der gesamten Marx-Einschule gelandet, nämlich in der Lernparkstube. Und du schmeckst es grad, du riechst es, du fühlst es, ja. Du nimmst es überall wahr. Hier gibt's lauter Köstlichkeiten. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss. Aua. Tschüss. Echt lecker. Ja. Tschüss. 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 Schüsste, habt's doch gesagt, dann kriegen wir aber eine Frage. So. Hm. Ich würde sagen, zurück ins Studio. Mhm. Zurück ins Studio. Mhm. Zurück ins Studio. Bereit? Mhm. Gut. So, Kollege Schäfer-Estedt sprechen. Jetzt essen wir erstmal. Mhm. Das war's für heute. Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Beitrag. Macht's gut. Tschüss.